Herzlich Willkommen zu iPad4Productivity, dem Podcast für den produktiven Einsatz des iPads im Business. Ich bin Thorsten Jickel und ich mache Unternehmen mit dem iPad Produktiver. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer weiteren Episode von iPad4Productivity und einem neuen monatlichen Schwerpunkt. Wir schauen uns in diesem Monat einmal das Thema PDF und das Ganze auch nochmal in der Abgrenzung zu Notizenapplikationen an. Denn wenn ich jetzt mal schaue, natürlich E-Mail ist für mich Applikation Nummer 1 auf dem iPad und alleine mit der E-Mail und der Spark App würde ich schon mit meinem iPad glücklich werden und wenn ich dann nur noch eine weitere App drauf haben dürfte, dann wäre es sicherlich der PDF-Expert. Was ich häufiger erlebe, ist, dass meine Kunden anfangen in PDF-Applikationen Notizen zu machen oder was ich noch viel häufiger erlebe, dass sie in Notizen-Apps dann PDFs bearbeiten. Und dazu möchte ich gerne einmal Ihnen ein paar Tipps geben. Das ist auch der Inhalt dieser Woche, dass wir uns einmal beschäftigen mit der Abgrenzung zwischen PDF und Notizen-Apps. Wir werden uns dann in den nächsten Episoden einmal mit verschiedenen PDF-Apps im Vergleich beschäftigen, dann mit dem Thema, wie Sie PDFs erstellen können und last but not least doch einmal uns anschauen, das Thema Whiteboard-Apps. Also, dann legen wir mal los mit dem Thema PDF oder Notizen-App. Vielleicht ein paar grundsätzliche Überlegungen vorneweg. Es gibt natürlich Überschneidungen. Und diese Überschneidungen können sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn Sie sich eine Excel-Tabelle erstellen oder eine Word-Tabelle erstellen. Und auch da gibt es ab und zu mal die Frage, mache ich die jetzt mit Word oder mache ich sie jetzt in Excel? Und viele Tabellen können Sie sowohl in Excel als auch in Word machen. Und man sagt natürlich immer, wenn es mehr zum Rechnen gibt, macht man es eher in Excel. Wenn es mehr zum Formatieren gibt, macht man es eher in Word. Aber es gibt da durchaus so Grenzwerte, wo man sagt, na, Rechnen will ich schon, aber es soll gut ausschauen. Und genauso, Sie erleben es vielleicht auch, wenn Sie in Hotels sind, gibt es viele, die in Excel ihre Rechnungen schreiben. Also, man kann durchaus auch mit Excel einen Brief schreiben, mit Excel Rechnungen schreiben, man kann mit Word-Tabellen machen. Und ähnlich ist es auch so mit den Notiz- und PDF-Apps. Und wenn Sie kleinere PDF-Dateien haben oder kleinere Notizen haben, dann ist es letztendlich auch nicht so kriegsentscheidend, ob Sie jetzt mit einer PDF oder ob Sie mit einer Notizen-App arbeiten. Kritisch wird das höchstens dann, wenn Sie etwas leistungsfähiger, etwas größere Dateien haben, vor allen Dingen, wenn Sie etwas größere PDF-Dateien haben, dann kann es Ihnen im schlimmsten Fall passieren, dass Sie die in einer Notizen-App bearbeiten, wie GoodNotes oder Notability oder Node-Shelf oder sonstiges. Und wenn Sie die dann exportieren wollen, wieder abspeichern wollen, dass Sie sie dann nicht exportieren können. Woran liegt das? Es gibt auf der einen Seite eine eingebaute PDF-Engine im iPad, die immer leistungsfähiger wird, aber Ihre Begrenzungen hat. Und dann gibt es die Spezial-PDF-Apps, vor allen Dingen den PDF-Expert und den GoodReader. Und diese Applikationen haben eigene, nochmal deutlich leistungsfähigere PDF-Engines mit integriert. Das heißt, vor allen Dingen, wenn Sie größere, komplexere PDF-Dateien erstellen, dann sollten Sie immer auf die Spezialprogramme gehen. Vielleicht nochmal eine kleine Extra-Bemerkung zu iBooks. Ich erlebe auch viele, die dann iBooks nutzen für PDF-Dateien. Das ist sehr gut geeignet, um sich wirklich iBooks mitzunehmen, auch in Form von PDF-Dateien. Hat vor allen Dingen den Charme, dass Sie mittlerweile die Möglichkeit haben, das Ganze über iCloud auch auf all Ihren Geräten synchron zu halten. Ist aber nicht dafür geeignet, um Dinge dann wieder hinterher wirklich umfänglich zu kommentieren, weiterzugeben, zu präsentieren. Sondern es ist wirklich ein E-Book-Programm. Das heißt, wenn Sie Konzepte, wenn Sie E-Books haben, die Sie mitnehmen und lesen wollen, dafür ist iBooks wunderbar geeignet. Für das Thema wirklich präsentieren, kommentieren, weiterbearbeiten von PDFs. Dafür gibt es deutlich besser geeignete Programme. Ja, wenn Sie umfangreichere Notizen machen, dann ist meine Erfahrung, dass dann erfahrungsgemäß die Notizen-App meistens die bessere ist. Also Sie haben dann solche Funktionalitäten wie beispielsweise eine sehr gute Volltexterkennung bei GoodNotes. Das heißt, Sie können in Ihren handschriftlichen Notizen komplett eine Suchfunktion durchführen, auch wenn Sie es nicht in getippten Text umgewandelt haben. Und was Sie bei vielen Notizen-Apps sehr gut gelöst haben, ist das Thema der automatischen Synchronisation. Also einmal über Cloud-Services wie iCloud oder wie Dropbox beispielsweise. Dann aber auch interessant über WebDAV. Das ist heute schon realisiert bei Notability. Damit können Sie mit eigenen Firmenservern oder beispielsweise, wenn Sie eine Volks- und Raiffeisenbank sind, über Agree21-Docshare der Fiducia GRD können Sie Ihre Notizen so synchronisieren, dass Sie Ihre Notizen auf dem iPad anfertigen und dass diese dann automatisch als PDF-Dateien auf Ihren Bank-PC synchronisiert werden. Hinweis übrigens, mit GoodNotes 5, das zur Zeit dieses Podcastes gerade in der Beta-Test-Version ist, ist es so, dass Sie dann auch einen WebDAV-Sync mit dabei haben werden. Das war bisher neben dem Thema der feinen Untergliederung für mich der größte Nachteil gegenüber Notability. Und wenn dann dieser WebDAV-Sync in GoodNotes 5 kommt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist das wieder mein großer Favorit. Ja, zum Thema automatische Synchronisation natürlich auch die absoluten Favoriten OneNote und Evernote. OneNote, das System von Microsoft, das über die Microsoft Cloud, aber auch On-Premise, also in eigenen Rechenzentren, sich automatisch abgleichen kann. Und Evernote mit Servern in den USA, aber für nicht vertrauliche Daten wunderbar geeignet. Ich nutze Evernote beispielsweise, um alles, was ich für Vorträge sammle an Informationen, alles, was aus Newslettern interessant ist, also alles, was nicht kundenbezogen, nicht personenbezogen ist, diese Dinge sammle ich alle im Evernote. Hier ist auch durchaus eine Idee, mehrere Notizsysteme zu haben. Ich weiß immer, wenn ich in Grün im Evernote unterwegs bin, dann mache ich nichts kundenbezogenes. Wenn ich auf der anderen Seite vielleicht in OneNote bin oder in GoodNotes, wo ich dann Dinge übergeben kann oder mit Notability über WebDAV synchronisiert habe, dann weiß ich, dann kann ich dort auch kundenbezogene Dinge beispielsweise synchronisieren und notieren. Ja, PDF-Apps haben auch oft einen integrierten Dateimanager. Dateimanager, das ist wieder der Vorteil, wenn man sich anguckt, das Thema der Synchronisation ist meistens bei Notiz-Apps besser gelöst, dafür ist der Dateimanager meistens nochmal etwas besser, gerade wenn wir uns eben den PDF-Expert und den Goodreader angucken, die aus meiner Sicht leistungsfähigsten PDF-Applikationen. Notizen haben dafür meistens nochmal die bessere Möglichkeit, mit Vorlagen zu arbeiten, also wenn Sie in GoodNotes beispielsweise sind und Sie wollen eine neue Seite in Ihrer Vorlage erzeugen, dann ziehen Sie das Notizbuch einfach nach links und dann wird sofort eine neue Seite erzeugt mit der gerade aktiven Vorlage, also das ist schon deutlich besser und es gibt zum Teil auch importierbare Vorlagen, also zum einen gibt es dort importierbare Vorlagen für GoodNotes beispielsweise, das heißt im Internet gibt es dort verfügbare, bis hin zu solchen Kalender-Applikationen, die dann sogar noch verknüpft sind über interaktive PDFs, also ganz schön und wenn Sie sich Noteshelf 2 anschauen, da gibt es sogar viele integrierte Vorlagen, die man in Noteshelf nutzen kann oder was auch eine Idee ist, Sie nehmen eine solche Vorlage und exportieren diese als PDF, importieren Sie wieder in GoodNotes und dann können Sie die in GoodNotes wunderbar nutzen. Also das heißt, hier macht es manchmal durchaus auch Sinn, mehrere Applikationen zu haben und dort die Stärken zu nutzen. Noteshelf 2, wir haben sie im letzten Monat mal uns auch mit angeschaut, ist die Applikation, die aus meiner Sicht das beste Schriftbild hat, also da ist GoodNotes wirklich nicht so wahnsinnig gut, auch solche tollen Vorlagen beispielsweise hat und wenn Sie sich mit dem Thema Notizen-Applikationen im Vergleich noch mal etwas intensiver beschäftigen wollen, hören Sie gerne einfach noch mal in die Episoden des letzten Monats rein. Ja, dann vielleicht mal ein paar Ideen für einen PDF-Expert, was Sie dort sehr schön machen können, leichter als in vielen Notiz-Applikationen ist, dass Sie Teile von Dokumenten teilen können, das heißt, Sie können sagen, die Seite 3, 4, 8 und 12 aus einer Präsentation, die können Sie teilen, indem Sie in der Kachel auf die Übersicht gehen, dann auf Bearbeiten und dann wählen Sie die Seiten aus, die Sie weiterleiten wollen und leiten ja so weiter. Sie können auch mit dem PDF-Expert und das geht schon deutlich besser als in einer Notizen-App präsentieren, das heißt, in dem Moment, wo Sie einen Beamer oder wo Sie einen Bildschirm dranhängen haben, dann gibt es zusätzliche Schaltflächen für den Präsentationsmodus und eine ganz, ganz tolle Funktion beispielsweise ist die Fokus-Funktion, da umkreisen Sie einen bestimmten Bereich mit dem Finger und der wird dann mit einem Rechteck so beleuchtet wie mit einer virtuellen Taschenlampe, also das ist eine ganz tolle Variante und der Sacechi Bluetooth-Präsenter funktioniert auch mit dem PDF-Expert, das heißt, Sie können, wenn Sie Präsentationen haben ohne Videos, ohne Animationen, können Sie da wunderbar mit dem PDF-Expert arbeiten und das Ganze natürlich über den integrierten Dateimanager komplett mit synchronisiert, also das ist wirklich ganz klasse. Was Sie im PDF-Expert auch gut machen können, ist eine weitere Notizen-Seite einfügen. Einfach eine weiße Seite und dort dann handschriftlich oder per Text weitere Notizen hinzufügen. Über Tippen und Halten Grafik kommt dann der nicht so ganz logisch dahin passende Befehl, dass Sie dann Fotos oder eben über die Kamera Fotos erstellen bzw. Sie eben einfügen können. Also das ist wirklich etwas, was klasse ist. Was der PDF-Expert, wenn Sie nochmal etwas Geld bezahlen zusätzlich kann, sind PDFs bearbeiten. Das heißt nicht nur kommentieren, sondern gerade wenn Sie beispielsweise eine Präsentation haben, wo Sie noch einen Tippfehler drin haben und Sie haben sie eben als PDF, dann kann man sie eigentlich nicht ändern. Mit dem PDF-Expert können Sie sie. Das ist auch beispielsweise sehr praktisch, wenn Ihnen bestimmte Prospekte beispielsweise nur in PDF vorliegen und nicht im Original, dann können Sie auch Änderungen vornehmen in PDF. Oder wenn Sie in Zusammenarbeit mit der Werbeagentur über Entwürfe sich unterhalten, dann müssen Sie die nicht draufschreiben, sondern können es direkt ändern. Dann sieht man auch, ob die Laufweite gleich passt und solche Sachen. Also das ist wirklich schon sehr, sehr klasse. Der PDF-Expert kann auch PDFs erstellen, also nicht nur eine weitere Seite, sondern komplett erstellen und eine Funktion, die sehr, sehr neu ist, die erst seit kurzem dabei ist. Sie können endlich auch zwei Seiten nebeneinander darstellen. Dazu brauchte man früher immer eine andere App oder der Goodreader, der konnte es schon ein bisschen länger. Jetzt kann es auch der PDF-Expert. Also Sie sehen, es lohnt sich auch, sich regelmäßig mal verschiedene Apps mal regelmäßig nicht nur einmal anzugucken, sondern auch immer wieder die Updates anzuschauen. Und Sie kriegen selbstverständlich von mir immer wieder mal Updates. Und wenn Sie da mehr wissen wollen, gerne auch einfach mal auf www.ipadcoach.de vorbeischauen. Da erhalten Sie jede Woche ein neues Video-Tutorial, wo ich eine neue App oder einen neuen Tipp oder einen wichtigen Punkt eines Updates, wie ich das mit diesen zwei Seiten beispielsweise vorstelle. Und wenn Sie das interessiert, gerne auch sonst alternativ noch mal eine E-Mail schreiben an t.jeckel.de Ja, dann mal ein paar Ideen für das Thema GoodNotes. GoodNotes nutze ich beispielsweise auch als Whiteboard. Und zwar können Sie Notizbücher im Hochformat, aber auch im Querformat anlegen. Und Sie können in GoodNotes sehr, sehr schön Vorlagen nutzen. Und Vorlagen, ich habe beispielsweise eine, wo ich oben mein Logo drauf habe, wo ich unten nochmal meine Webadresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse drauf habe. Das heißt, wenn jemand Fotos eines Vortrages von mir macht, dann hat er gleich meine ganzen Kontaktdaten da mit drauf. Und wenn ich etwas gemalt, etwas gezeigt habe, dann ist das Ganze dann auch so, dass ich es gleich wieder weiterleiten kann. Ja, vielleicht eben auch noch eine andere Idee. Ich habe so eine gedruckte Kurzmitteilungskarte, die ich gerne handschriftlich nochmal ausfülle. Das ist logischerweise ja auch mal eine PDF gewesen, die mir die Druckerei dort zur Verfügung gestellt hat. Und auch die kann man natürlich handschriftlich mit PDF-Expert ausfüllen und mailen. Das schaut schon mal ganz anders aus, als man was einfach nur per E-Mail tippt oder auf einem weißen Whiteboard einfach schreibt, ohne irgendwas nochmal dazu. Ja, Vorlagen bei GoodNotes können Sie auf der einen Seite über Cloud-Services dort importieren, über den normalen Vorlagenmodus. Hier gibt es immer nur die Möglichkeit zu sagen, okay, über entsprechende Cloud-Services wie iCloud, wie Dropbox und so weiter. Allerdings können Sie auch eine PDF-Datei als Vorlage öffnen in, also Sie es beispielsweise selbst mailen, dann sagen Sie öffnen in GoodNotes und dann können Sie daraus ein neues Notizbuch machen. Also auch darüber kriegen Sie Vorlagen in Ihr GoodNotes ein. Das ist für diejenigen von Ihnen interessant, die keinen Zugriff auf Cloud-Services aus Compliance-Gründen haben. Und das Schöne ist, wenn Sie dann einen weiterblättern, eine Seite und nach links ziehen, dann wird auch automatisch, auch bei diesen importierten PDFs als Vorlage, immer eine neue Seite erzeugt. Ja, dann vielleicht nochmal abschließend ein paar Ideen für Notability. Notability ist ja im Moment, also neben GoodNotes finde ich und Notability, sind für mich so die zwei stärksten Notizen-Apps. Und da gibt es nochmal zwei Dinge, die ganz interessant sind. Zum einen hat Notability Audio-Notizen. Das heißt, Sie können über die Mikrofon-Variante nochmal Audio-Notizen aufnehmen, die Ihnen auch verknüpft werden mit den getippten Notizen und Sie können es nochmal feiner untergliedern. Also hier sehen Sie, wenn es wirklich mehr so um spezielle PDF-Funktionalitäten im Sinne des Präsentierens, im Sinne des Kommentierens geht, dann würde ich eher mit PDF-Dateien und PDF-Apps arbeiten. Wenn es um Notizfunktionen geht, dann eher mit den Notizen-Applikationen. Wenn Sie große PDF-Dateien haben, dann immer daran denken, es kann Ihnen im schlimmsten Fall passieren, dass Sie eine Datei nicht mehr abspeichern, nicht mehr exportieren können. Dann würde ich also immer mit den PDF-Spezialisten arbeiten. Also vor allen Dingen diese Episode nochmal als Erinnerung für diejenigen, die sagen, ach, ich mache jetzt alle meine PDF-Dateien in GoodNotes. Und meistens geht es gut, aber wenn Sie dann etwas größere Sachen haben, dann würde ich die eher mit dem PDF-Expert machen. Das Schöne ist, Sie können ja auch beide nebeneinander über die Split-View sich anschauen, können da Dinge auch hin und her und rüber kopieren. Also von der Seite, für mich ist das so, wie ich ja auch nicht nur einen Hammer und nicht nur einen Schraubenzieher, sondern beides in meinem Werkzeugkasten habe, sage ich auch, sollten Sie beides haben und beides parallel auch dazu nutzen, für das, wo Sie jeweils gut sind. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Da schauen wir uns dann einmal die von mir genutzten PDF-Apps nochmal etwas intensiver an. Bis nächste Woche, Ihr Thorsten Jickel. Das war eine weitere Episode von iPad for Productivity, dem Podcast für den produktiven Einsatz des iPads im Business. Ich bin Thorsten Jickel und ich mache Unternehmen mit dem iPad Produktiver. Ihr Thorsten Jickel. Das war der Fall. Woanders kann ich jetzt auch doo und listables hin. rolle Torsten Jickel. Vielen Dank.